Der Brennpunkt hat sich längst von Griechenland verschoben und ist im verändernden Fokus von Spanien. Der Hauptsitz des spanischen Bankkrisen Bankja ist ein Symbol. Das ganze Bankbusiness von Spanien ist in Schieflage und braucht mindestens 40 Milliarden Euro, vielleicht noch viel mehr, um wieder arbeiten zu können. Der Europäische Rettungsfonds hat Milliarden für genau solche Zwecke, zahlt die aber aus Prinzip nicht direkt an die notleidenden Banken, sondern immer nur über die zuständige Regierung. Dann hat er nämlich die Regierung am Wickel und kann ihr vorschreiben, welche Wirtschaftspolitik, welche Sparmaßnahmen und Reformen sie dafür liefern muss. Das will die Regierung in Madrid unbedingt vermeiden und weigert sich, solche Hilfe anzunehmen. Spanien probiert, ob es Europa erpressen kann. Denn den Untergang von Spanien kann sich der Rest der Eurozone nicht leisten. Und da ist ein Nervenkrieg im Gange. Wer kann wem die Bedingungen diktieren? Christian Kirsch über Bewegung an der Front. Adios, Bauboom. Die Wirtschaft Spaniens nahe am Infarkt. Fast symbolisch reihen sich hier, nahe Marbella, ganz im Süden, die Betongerippe an den Küsten auf. Keiner kauft, keiner baut, vor allem keiner zahlt. Das vor allem reißt die Banken in den Strudel. Für die Bank Bankia scheint das Wort Schieflage auch wie geschaffen. Es hat wie ein zähes Fieber die spanische Bankenwelt durchseucht. Dem dortigen Rettungsfonds fehlen Milliarden. Manche sagen, es sind 40. Manche reden vom Fünffachen, so genau weiß das keiner. In diesen Euro-Chaos-Tagen Spaniens Wirtschaftsminister heute in Brüssel. Man sei überzeugt, allen internationalen Standards bei der finanziellen Stabilisierung des Landes zu genügen. Die Regierung werde alles tun, um die Finanzinstitutionen solide mit Kapital auszustatten. Dazu ein umstrittener spanischer Vorschlag. Geld für spanische Banken direkt aus dem Euro-Rettungsschirm ESM. Dessen Milliarden sind eigentlich nur für Staaten da. Doch für diese Hilfe müsste Spanien unter den Rettungsschirm. Jetzt die Idee, Geld direkt für die Banken über den spanischen Bankenrettungsfonds. Dann sähe es so aus, als sei der Staat gesund und niemand dürfte ihm hineinreden. Von der Grundidee, dass im Euro-Währungsgebiet jeder Staat für sich selbst haftet, ist wenig geblieben. Heute kam gleich noch ein Vorschlag in Richtung gemeinsamer Euro-Schuldenzukunft. Heute in Brüssel der Binnenmarkt-Kommissar Michel Barnier mit Grundzügen einer Art europäischer Bankenunion. Wir wollen die Risiken der Banken identifizieren, bevor es zu spät ist. Frühzeitig handeln, damit sich das Risiko nicht in eine Krise und diese nicht in eine Katastrophe verwandelt, für die am Ende die Staaten haften. Soweit so gut. Doch auch dieser Vorschlag hat Tücken im Detail. Bislang haften Spaniens Banken für spanische Spareinlagen und Deutsche Banken für Deutsche. Die neue Idee, alle Banken im Euro-Raum sichern alle Euro-Spareinlagen. Spanische Sparbücher also auch gesichert von deutschen Banken. Haftung verflochten über ganz Europa. Diese Art Solidarität geht vielen in Deutschland inzwischen entschieden zu weit. Ich denke, wir sollten keinen Sozialismus, Zinssozialismus oder Haftungssozialismus einführen. Wichtig ist, dass jedes Land seine Hausaufgaben auch zunächst mal selbst versucht. Mit Unterstützung sicherlich der EZB. Aber jetzt in Vorleistung zu gehen und sagen, Deutschland birgt für alles ohne Gegenleistung, das kann keine Lösung sein. Viel Arbeit wartet auf alle, die bald hier in der neuen Europäischen Zentralbank in Frankfurt einziehen. Und auch das Leben von Europas Einheitswährung bleibt bis auf Weiteres eine Baustelle. Entzünder.